. . . . . . . . . Na und Leute. Wir testen uns weiter durch die Zone. Oder? Ich glaube so kann man das aktuell bezeichnen. Ich habe mich entschieden, Richter die Sensoren zu bringen. Warum lassen sie denn immer ihre Sachen einfach so rumliegen? Ich konnte letztens auch dem Händler, diesen Hamster, der hatte im PDA neben der Kasse zu liegen. Ich habe mir einfach eingesackt das Ding. War okay für die Boys. Boah, Alter. Ja. So, Senior. Ich habe Ware. Danke für die Unterstützung. Du kannst nicht herausfinden, wie es wichtig ist. Kossi, dein Freund? Ja. 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 rak expedition. Ja. Ja. Aber den Punkt szen ze national平aux周stag. Ja. Das ist alles, was du verpasst? Ich habe einen Einfluss für einen Einfluss, und dann ein Funtan, ein Wart, und drei, die alle zu beurteilen. Ja, ich erinnere mich dieser Konzert. Ich habe ihn sehr gut gesehen. Ich wusste, dass du da beim ersten Schraub war. Wir sind gut. Wir sind von der Themen. Die Sphäre, die in den Loba zu schtieren, ist eine Frage, sogar für die Zonung ohne Bord. Ich habe absolut nicht die Möglichkeit. Aber ich habe eine Idee. Just sag, was machen wir weiter? Ich habe etwas überrascht. Nachdem ich die Warta nachvollziehen, hat Suchen geöffnet den Bewerbungen zu verabschieden die Rebellion des Rebells. Und was? Da sind die Monster? Oh, ich habe mal ein bisschen Geld bekommen. So, das eine ist ja jetzt, da fällt der damit aus, ne? Lass uns hier noch ein Versteck räumen. Verlassenes Kommunikationszentrum. Wauw, wauw! Wauw! Um, wauw! Oh. Bisher hatte ich auch nur ein Versteck, was auch völlig okay ist, wo ein bisschen mehr ernsthaft brauchbares Zeug drin war. Nicht nur so eine einzelne Fleischwurst und zwei Schuss Munition oder so. Sondern schon so ein paar Granaten und halt ein bisschen mehr Munition, wo du dann ein gutes Magazin drin hattest. Mal gucken, ob das jetzt auch sowas ist hier. Mal nicht ein Stalker. Ob die hier auch so einfach, das habe ich zum Beispiel auch noch gar nicht gesehen, die so random rumlaufen und dass da vielleicht auch einfach zufällig wer erschossen wird. PDA von Rovans Leichnam. Offenbar hatte Rovan eine Verabredung mit einem Händler. Die Sache lief wohl nicht so wie geplant. Ah, das ist ein Quest-Toder. Hä, hier war ich doch schon. Habe ich das Versteck jetzt doppelt bekommen? Ich bin mir sehr sicher, dass ich das hier schon geräumt hatte. Okay. Das ist ja bescheuert. Dann bekomme ich das sogar doppelt angezeigt. Da ist da nicht mal was drin. Schwache Kiste, Leute. Schwache Kiste. Oder man hat vielleicht, kann man ja vielleicht so erklären, dass man mehrere Möglichkeiten hat, ein Versteck zu finden. Vielleicht, weil irgendeiner die, das wurde ja auch schon gesagt, dass manche Verstecke mehreren Stalkern gehören. Und dann kriegst du von einem die Information so, von dem anderen findest du den PDA. Und schon ist das doppelt vergeben. Wie komme ich denn da jetzt hin? Einfach weiter die Straße runter. Ein Rodent. Kleine hässliche Ratte. Oh, da kommt mehr Rodent. Gut, dass die sich ein bisschen Zeit lassen beim Laufen. Bis durch. Wisst ihr jetzt ja nicht, wie schnell hier wieder Banditen aufsteigen können? Schon süß, ja? Ja, ganz cool, dass wenn man die einmal verängstigt hat, die sich dann nicht mehr rantrauen. Aber der rennt immer da weg von mir. Oh, jetzt wird es aber langsam knapp. Habe ich noch andere Munition hier für unsere Pistole? Ah ja. Aber das Panzerbrechen, ne? Dann machen wir erstmal mit der weiter. Ja. Hier ist ein Schloss. Ich gehe jetzt mit meinem Licht an? Ne. Ja. Boom, 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 boom. Ich sende das eigentlich mit Wasser. Shit, Ausdauer wieder her. Aber baut keine Strahlung ab. Macht nur Wodka. Ich verstehe das mit den Farben nicht. Ich habe jetzt übrigens unseren Anfängeranzug an, den wir gefunden haben. Der bringt ein ganz bisschen mehr Stutz in verschiedenen Bereichen. Den alten habe ich verkauft. Gab aber auch nur lumpige 1.5 für. Wir sind also immer noch Lappen in dem Bereich. Kommt bestimmt gleich wieder irgendein Rotz angesprungen. Ah, Munition. Wie, warte mal, wenn ich ein Messer habe, kann ich nicht um Ecken gucken? Okay. Was ist das hier? Was machen die da jetzt? Oh, was? In einem Moment gibt es wieder gar nichts. Und im nächsten... Können wir hier rauspicken? Ne, ne? War zu klein für. Sind das Stalker? Schwer zu sagen, ja? Seien jetzt nicht banditisch aus. Diep-dup-diep-dup-diep-dup. Diep-dup-diep-dup. Also, man kann hier auf jeden Fall gut als Einzelgänger überleben. Ja, so viele kleine Hütten und Vorbauten und Höhlen, wie es hier gibt. Oh. I'm a dude. Boah, Alter, was geht denn jetzt ab? Boah, ich habe hier den fiesesten Bereich betreten. Schnell fort. Schnell fort. Ist auch wieder ein Symbol. Das ist Tree Force. Link muss in der Nähe sein, ja? Von Vlad Wirbelwind. Bin ich schnell genug? Ja, ich habe hier gegen mich. Oh, Miech. Ich habe mich schon gemerkt. Ich bin fast über die Stapie nach dem Weg. Wenn ich das in der Luft verrate auf schwarzen, oder ob die Stapie auf mir zerforscht. Oh. 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 Woaah! Hier? Hier. Ach du Kacke. Da müssen wir jetzt natürlich durch, klar. Pack alles weg, kein Thema. Ey, das kriege ich doch bei den Sichtverhältnissen niemals hin. Das ist der Kacke. Hä? Manchmal hell das, manchmal nicht. Bis um die Ecken lehnen. Oh, komm schon Junge. Ja. 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 Der Gute hatte noch zwei Schuss dabei. Irgendwas hat sich hier schon reingegraben. Das haben wir hier. Das ist die zweite und die letzte Lieferung ohne Vorauszahlung. Ich habe Hamster nicht hintergangen. Nur um jetzt hintergehalten zu werden. Hingehalten. Mein Gott. Entweder rückst du das Geld raus oder ich mache den Laden dicht. Und erzähle alles dem Chef. Dickpads dem Chef. Düstere Angelegenheit hier. Scheiße. Das hört sich nicht gut an, Leute. Hätten wir jetzt eine echte Taschenlampe. Das ist eine Taschenlampe. Ah, Poltergeist. Ist das bescheuert, Alter. Der ist eine Granate gefressen, Leute. Der ist eine Taschenlampe. Der ist eine Taschenlampe. Oh, genau. Natürlich war das ein Treffer, Alter. Fuck you. Stück Dreck. Der blockt hier. Der blockt hier einfach. Krass. Das ist eine Taschenlampe. Sorry, aber der Junge ist massiv zu stark. Das ist eine Taschenlampe. Oh. Da bin ich mir echt nicht sicher, ob das die Kämpfe besser macht. Habe ich irgendwie nicht das Gefühl. Das können wir ja mitnehmen. Die können wir vielleicht verkaufen. Ich hätte so gerne deine Teile. Guck mal, da ist eine Munitionskiste. Ne? Das ist nur... Ach, schade. Das wäre jetzt cool versteckt gewesen. Was ist mit ihnen hier? Ah, langsam ist mein Platz weg. Ich glaube, Futter habe ich echt viel. Das ist gut hier. Es sind drei Medikamente. Die habe ich ja schon jetzt zweimal umsonst gegessen. Dann nochmal ganz kurz hier gucken. Aber hier war ja nichts, ne? In Ordnung. So, dann bleibt das jetzt bloß noch... ...die Ecke, in der er sich hinten rumgetrieben hat. Da nochmal kurz reinzuschauen. Genau. 27, 65. Habe ich gleich eh wieder vergessen. Ey, das ist schon... Es ist schon cool so. Jetzt hier unten wieder. Ah, guck mal. Was meine ich? Richtig Schwung. Das ist ein Versteck. Jetzt sind wir genau an der Grenze. Vielleicht ein bisschen drüber. Aber wir verkaufen jetzt auch gleich ein bisschen Krempel. Noch ein Anfängeranzug. Wer hat 13.000 bewundert? Ich bin schon wieder darauf gespannt, was uns der Händler dafür gibt. So, damit haben wir hier alles geklärt, richtig? Ne. Doch. Doch, ne. Ja, ne. Hier ging es ja nicht weiter. Wer hätte ihn da eigentlich so hingesteckt? So dekorationsmäßig. Ja, jeder feiert anders. Lass uns rein. Was sagt denn die Karte eigentlich jetzt? Hinter den sieben Siegeln. Notmissionen. Gelang in die Sphäre. Ah, okay. Durch die Sumpf-Pitsche-Patsche. Eigentlich müssen wir jetzt zurück den Kram verkaufen. Das ist ja ein Riesending jetzt hier, was auf uns zukommt. Ich frage mich auch echt, wo meine... Meine Vorbesteller-Goodies sind. Weil ich soll ja einen Rucksack bekommen. Erstmal ja nicht wüsste, wo ich den jetzt hinnageln soll. Und halt, wo der ist, ne. Weil in der persönlichen Kiste liegt er jetzt nicht rum. Ich bin jetzt kein Freund von sowas, aber wenn das heißt, ich bekomme das. Und das stand auch ausdrücklich da. Dann werde ich das doch haben, mein Rucksack. Okay. Okay. Natürlich shiftet hier immer noch. Vor allem muss ich wieder durch diese Jauche hier raus. Kann ich hier durchschlüpfen? Das wäre fair. Oh. Da ist es. Da sind doch die Anomalien, die lösen ganz schön großräumig aus, so. Was jetzt nicht schlimm ist, kann man ja... Kann man ja lernen. Da ist es so ein Buckdorfer, ne. Da ist es so ein Buckdorfer, ne. Da ist es so ein Buckdorfer. Da ist es nicht schlimm. die doms rhododendros kriechen da schon wieder rum wir können ja wir haben ja ein bisschen hier bisschen material für euch haben wir hier guckt euch doch mal an klappert ich habe einen erwischt die standen alle da auf dem punkt das fiel ja krass das war besser aber hat nicht gereicht anscheinend da kommt eine spende ich noch ich finde das echt schwierig mit dem mit dem ziel jede es ist für bewegung und gegen befriedigt größtenteils oder einer hüpft glaube ich nach oben hier Äh, äh, äh... Ähm, ähm, äh Chiki 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 bricki Vielleicht im Tunnel? Hallo? Da unten Guckt euch gut um, Stalker guckt euch gut um Dudel, dudel, dumm Haufen Kisten ohne Inhalt Was sind das hier für Schächte? Er baut so'n Unsinn Och, wie sie da durchhängt Oh, 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 oh ... Das hier für ein Knüppel? Chati ... Chati ... C you, Chati ... Chati ... Oh, der Vorratsraum. Das ist nett. Ich glaube, jetzt können wir langsam auch wieder unsere Viper ausrüsten. Die verbesserte 9mm-Patrone. Also, wir schießen hier aber Standard. Genau, das tun wir. Nochmal bitte. Ich sehe doch keinen. Die sehen dich. Da unten. Muss ich die jetzt bekämpfen? Huge. Hätte ich auch einfach gleich machen können. Nein. Dann gibt es einen Schluck Wasser. Ach, ich zögere demnächst nicht mehr. Scheint eh keinen Unterschied zu machen, so richtig. Ich habe dein Gesicht gesehen. Das muss doch nicht immer gleich bluten, Freunde. Ja, Verband macht auch ein bisschen Leben. Aha. Das ist ja auch wie früher. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. eine granate hat er gemacht ja spiel kann gerade nicht speichern ok was ist denn quatsch da sie damit nicht selbst umbringen ich will nicht sterben kein bock vor allem weil du diesen counter immer siehst das ist richtig demotiviert spiel der granate schmeißt die auch einfach nur in die ecken kleiner hannes ich sehe nichts ich schieße einfach nur irgendwo hin in der hoffnung dass er da sitzt weil da seine taschenlampe ist das ist das ist Ich habe immer noch kontakt. Die Granaten in die Ecken geflogen sind. Schade, das hat alles nicht kaputt geht. Jetzt werde ich gleich wieder erschossen. Was ist denn das immer für ein Geräusch? Das ist so anstrengend. So, wir sind jetzt natürlich überladen. Ich habe hier nur irgendwo in einer Ecke kämpft. Oh, ein solide Forst vorgestellt. Oben war ja nichts weiter, ne? So, das ist das, was ich gerade hingeworfen habe. Da 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 da! Boah! Für Brot. Oh, noch ein Anzug. OZK-Erkundungsanzug. Was ist das? Winker! So, was macht denn unser Anzug hier schöner? Oh, viel besser. Oh, viel besser. Viel viel besser. Damit kann man arbeiten, oder? Aber dass die Tragelast erhöhen, das ist hier nicht mit Beinen. So ein bisschen. So generell. Kann er jetzt nicht die ganzen Anzüge wegschmeißen. Oh, guck mal, eine Maske haben wir auch gekriegt. Optiker-Gasmaske. ins Gesicht. Wann haben wir die denn aufgehoben? Hey, Bidlo. Puschku, kino? Tano. Wer bist du so? Wer hast du Germanns gegeben? Ha! Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Base, ein Schuss, einen Schuss, und ein Schuss, einen Schuss. Ich bin ein Schuss. Und alle Schuss sind die Schuss. Was? Wo ist mein Schaner? Äh. Na piz... Hörbany baton. Danke, was. Nicht so. Na pivni schwindelist. Pogod, was schon, nahkriley? Słuchaj, ja nisivav giemana. Ja, zniszno, zivav ludzi. Ale masz ne wstych. Oh, okay. Schade, dass das wieder so ruckelt hier gerade. Leute, wir machen hier ein Päuschen. Das scheint eh gerade hier ein bisschen Performance-Probleme zu geben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bleibe einfach hier stehen. Ich bewege mich nicht. Ach, kacke. Arzen, komm. Haut rein.